Kann ein ETF eine Alternative zu einer BU sein? Sagen wir, 25-jähriger Berufseinsteiger mit 60 macht es einfach der Körper eben nicht mehr und er ist bis 67 berufsunfähig. Bis zu dem Zeitpunkt hat er dann entweder 27.300 Euro in seine BU eingezahlt oder 27.300 Euro in sein ETF eingezahlt. Was lohnt sich mehr? Wenn er wie gesagt 7 Jahre BU ist, dann bekommt er bei 2.000 Euro monatlicher BU-Rente über diese 7 Jahre 168.000 Euro aus seiner BU ausgezahlt. Wenn er die 65 Euro bei 7% Rendite pro Jahr in den ETF gesteckt hätte, dann hätte er zum Zeitpunkt 60 in seinem Depot zusätzlich gute 111.000 Euro. Ihr seht also ganz klar, obwohl derjenige über 35 Jahre lang 65 Euro in seinen ETF-Sparplan gesteckt hat, kommt nicht ansatzweise so viel raus wie aus der BU bei 7 Jahren Berufsunfähigkeitsdauer. Also ganz klarer Fall, hier braucht es eine BU.